Wieso haben Sie mich in Ihre Sendung eingeladen? Weil wir beide ein ähnliches Schicksal teilen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wir beide teilen denselben Schmerz. Schauen Sie unter den Hipstern in Berlin-Mitte. Befühle ich mich als ganz normaler, konservativer, fränkischer Fleischesser. Ein bisserl wie... Wie eine queere, behinderte Migrantin im Rollstuhl?